Herzlich Willkommen bei E-Lugend. Was kann ich für Sie tun? Ich habe einen Termin. Wie ist denn Ihr Name bitte? Von Puttkama. Vor drei Monaten wurden mir Implantate eingesetzt. Und heute ist die prothetische Versorgung da. Dann kommen Sie bitte mit mir mit. Ich bringe Sie zu Dr. Görissen. Also, mit diesen Zahnimplantaten, da sieht man ja gar keinen Unterschied. Als wären es Ihre eigenen natürlichen Zähne. Die fühlen sich auch so an. Herr Doktor, ich bin begeistert. Jetzt brauche ich nur noch einen weiteren Termin. Einen weiteren Termin? Warum? Nein, wir brauchen nur noch einen für die Kontrolle. Nicht für mich. Für... Prinz Henry. Ich fürchte, da kann selbst ich nicht helfen.